Das ist irgendein Festival, da unten steht die Bühne. Da unten direkt überlegt was die Bühne. Ja, aber wo ist das? Ah, Musik, das ist das. Rock Festival. A Rock? Ja, Wien, wie ist das? Ja, Rock am Ring oder so. Ah, Wahnsinn. Das sind auch nicht Wiengeleute. Das sind mehr als wenn er innen ist. Ja. Willi, willkommen. Die Kilo sind dort. Ja. Fischen kann die Windsee, gerne. Ja. Starten Sie in Salzburg mit Segelflieger leicht? Ja, glaube ich nicht, aber... Ja, aber wo fährt er der nächste Platz mit? Ja, das stimmt. Da hast du auch wieder recht. Es gibt nämlich eine Kleider-Area, da neben Salzburg. Ja, das stimmt, ja. Ja. Das sind glaube ich Mietze. Die sind alle gleich. Ja, die roten sind Mietze. Ja, glaube ich schon, gell. Ja. Ja, da unten bleibt es eh ordentlich. Ja, da ist die Hauptbühne. Das ist die Musikbox. Ja. Wahnsinn. Da hätten wir müssen her. Da ist uns los. Nein, wirklich nicht. Wir haben das in unserer Nähe eh entwiesen. Nein, mir geht doch einfach mal. Ja.